Ah, das wird schon so ein widerliches Quark. Oha, guckst du schon mal, 6er-Kämpffialle. Was bekommt man denn immer? Effessives Blocken, Smaragd, wie wird das? Oh, ein Synthese-Chip, das ist zwar Großmeister. Irgendwie will ich das... Eigentlich, das finde ich so richtig geil. Zwei Dreiergruppen. Dass man so kämpfen darf, finde ich cool. Transfermodul. LOL, das sind voll die End-Boss-Kämpfe hier. So Endgame meine ich hier. Spiele Final Fantasy VII Rebirth durch. Was wollen die denn da uns noch präsentieren? Wir können also nur bis dunkle Schatte spielen. Alles andere müssen wir das Spiel beenden. Gibt es hier noch mehr mit solchen... Mit solchen... Ja. Ab Märchenheld. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch... Wenn wir das Spiel durch haben, haben wir auf jeden Fall noch was zu tun, ne? Ähm... Aber ist ja klar gewesen, dass das Spiel, wenn es beendet ist, nicht gleich beendet ist. Und ich finde ja... Das Remake schlägt schon das Original bei weitem. Wäre ja traurig, wenn nicht, ne? Das Einzige, was nur nicht passieren darf, ist, dass sie die Geschichte zu krass verändern. Ich will, dass am Ende immer noch... Alles passt. Sprich, das Ende von Crisis Core. Das Ende von Crisis Core passt noch, obwohl Zack immer noch am Leben ist. Weil es dann eine andere Zeitlinie ist. Deswegen passt das noch. Ich glaube, die haben ja gesagt, die Mäuren haben noch was mit denen vor. Wir haben zwar die Mäuren nicht erwähnt, weil sie nicht wussten, dass es die Mäuren waren. Aber die haben noch was mit denen vor. Das waren nicht wir, die sie durch den Sieg über die Mäuren dahin geschickt haben, sondern die Mäuren selbst. Und das ist das, was interessiert. Ich glaube, die Mäuren versuchen immer noch, das Schicksal so in die Richtung zu lenken, wie wir es kennen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das... Komm, hier brauche ich jemanden mit... Warte mal, ich kann keine Magie wirken. Ich hoffe, unsere Quark... Dieser Quark... ... Das war's. Ich hoffe, die sind nicht allzu schwer. Die Musik ist cool. Ich finde es auch cool, dass die neue Soundworks reingembrachten. Das war's. 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 триh�. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Scheiße! Würdest du mit deinem Baby-Planmerfer? Ich habe übrigens bemerkt, dass der Stream-Plan nicht ganz richtig ist, sondern der Donnerstag, da wollten wir jetzt keine Dina spielen. Da hat sich ja aus, als in das falsche Spiel eingeloggt. Oder eher gesagt, nicht verändern. Mehr jetzt! Scheiße! Ja! 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 Ich bin einfach wieder... Ach, lass nicht! War das etwa schon alles? Hahaha, war das etwa schon alles? Ich finde, Quagwando ist besser als Quagfru, also Quagfru, Quagwando wäre eine bessere Wortwahl gewesen. Du warst ja vorhin nicht da, da habe ich dir eine Frage gestellt. Morgen kommt Dragon Ball Gameplay von Sparking Zero. Ich glaube, Dive ist schon wieder nicht da. Oh nein, echt jetzt? Na los, komm! Nimm das! Wirst schon sehen! Keine Chance! Aus dem Weg! Ich kriege die schon klein! Na warte! Wirst schon sehen! Dir werde ich's zeigen! Scheiße! Schmeckli! Ich bin der… Komm ruhig! Guck mal! Ich bin der… Komm ruhig! Auf den Horden siehst du Sterne! So! Wirst schon sehen! Bleibe stark! Verdammt! Gehe über dich! Das wäre geschafft! Ja, blablabla! Nein, Hunde! Die breissänen uns! Das war's. Ich muss auf Claude aufpassen, er hat einen Menschen-On-Chart eingekassiert hier. Das heißt Barrel ist jetzt mal ein bisschen mehr dran, aber wir bekommen ja die Hälfte wieder. Ja. 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 Die Musik. Die kann einem ganz schön auf den Sack gehen, aber trotzdem finde ich sie gut. Oh nein, was? Es ist Kaktrine. Ja. 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 Das war ja. EZ. auch glaubt auch so ein wickel aber dafür habe ich ja die zentral von allen heute gibt es die griffen strosch sind die bombe scheißschlumpf so Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das mit den Frischen haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.